Paul, wir schreiben ja inzwischen den Tag 589 des Ukraine-Krieges. Welche Informationen hast du über den aktuellen Frontverlauf und vor allen Dingen auch auf die Vorbereitungen auf den Herbst und den Winter, die sogenannte Rasputitia? Also Ukrainer sprechen erneut von leichten Fortschritten, leichten Gewinnen, aber es ist kein großer strategischer Durchbruch weiterhin zu erkennen. In den vergangenen Tagen hat sich da relativ wenig bewegt und natürlich ist die Frage, du sprichst es an, was passiert, wenn es jetzt in die Regenmonate bzw. in die Matschmonate kommt und wie weit kann man dann wirklich noch vorankommen? Die Ukrainer, mit denen ich spreche, die sagen, wir wollen auch dann weiter kämpfen, versuchen weiter voranzukommen, aber da muss man sich nichts vormachen. Das wird natürlich nochmal um einiges schwerer und wenn man mit den Soldaten spricht, um zurückzukommen auf die Taurus-Meldung, dann sagen sie natürlich noch viel mehr. Diese bräuchten wir gerade auch jetzt eben, um aus der Entfernung russische Ziele zu treffen innerhalb der Ukraine, aber zum Beispiel Logistikzentren und Kommandostände. Also diese Entscheidung oder zumindest man kann sagen Nichtentscheidung, dass sie momentan nicht geliefert werden, das sorgt natürlich auch bei den ukrainischen Soldaten für Diskussionen. Vielen Dank. Vielen Dank.